Und wo mein Sohn, dem habe ich eigentlich die Folge nochmal zu verdanken, weil wenn ich jetzt nicht so ernsthaft im Studio an neuen Songs arbeite oder so, dann gehe ich meistens meiner Freizeitbeschäftigung nach und die ist, in ein Wohnzimmer zu sitzen und Gitarre zu spielen. Ich muss dazu sagen, das mache ich manchmal auch, wenn ich Fußball gucke, dann mache ich dann immer einen Ton aus, aber dann kippe ich die ganze Zeit so rum. Es sei denn, Irlandowski schießt so viel zu können, dann lasse ich die Gitarre auf der Seite und denke, das kann echt wahr sein. Der ist aber auch mit Zaubertrank gefahren. Der ist auch mit Zaubertrank gefahren. Dann kippt euch so, mein Sohn ist mal zu, wenn ich komme, hat dann gesagt, was spielst du denn da eigentlich so? Dann habe ich mir noch keine Ahnung, ob was. Dann hat er, das ist schön, ich mache da mal ein Stück draus. Ich sage, gar nicht so schlecht, ich kann schon mal ein Stück draus machen, dann habe ich das auch gemacht. Dann haben wir das dem Thomas vorgespielt und haben gesagt, sehr schön. Dann hat er einen Text geschrieben, habe ich gesagt, sehr schön. Dann haben wir das zusammen, der Band vorgespielt und haben die drei gesagt, sehr schön. Dann haben wir es aufgenommen, haben wir dann im Studio besetzt und haben uns das angehört und gucken uns alle da nach fünf Minuten, Sprachlosigkeit und Gänze im Auge und haben alle gedacht, boah, ist das schön. Und das Problem an der ganzen Sache, ich habe früher mal eine Frau, wir haben alle meine Demons vorgespielt. Das ist doch immer so, dass wenn die dann runterkommen in mein Studio und ich spiele was vor, dann sagt die immer irgendwie so Sachen wie, naja. Also die, gewendet mal. Und dann muss ich dann immer sagen, ja Schatz, das ist ja noch nicht fertig. Ja, das stimmt, ein Tag ein Stück ist sowieso noch neu. Und ihr wisst, das muss ich mal raussehen. Das muss ich mal raussehen, da habe ich mir gedacht, jetzt erlaube ich mir meine letzten Platte einfach mal, das spiele ich gar nicht zu Hause vor. Und dann erst wenn es fertig ist, dann habe ich keine Ausreden mehr. Da war natürlich das Problem, welches stelle ich als erstes aus, so bewusst meiner Frau vorzuspielen, weil davon hängt ja die ganze Zugang im nächsten Jahr ab. Wenn das das erste Stück scheiße ist, dann ist mein Mann, der ist, boah, das war früher mal das schon. Du darfst nicht wählen können. Du darfst nicht wählen können. Kümmer dich mal um dich. Dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich dieses Stück. Und ich war da ganz aufgeregt und dann habe ich dann gedacht, so, ich hatte es jedes Mal gehört, die Platte ist fertig. Ja, habe ich dann dieses Stück vorgespielt und dann hat sie es gehört. Und dann habe ich mich ganz liebevoll an und gesagt, ich glaube es nicht, ich glaube es ist total schön. Gewonnen. Ja, dann war eigentlich, durfte ich wieder auf Tour. Weil ich will ja eigentlich gar nicht, weil ich den Leuten am Drisco spiele. Dann wird sie sich erschänken. Und dann haben wir uns gedacht, werden die alle das schon schön finden. Vielleicht finden die das ja auch schön. Deswegen spielen wir uns. Ja, dannuloße mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Applaus